hey leute und willkommen zurück zu let's play ww ja ihr seht es gerade ich werde gleich mit an der große wurde gerade angegriffen ich brauche also schnell mit an den können wir auch noch mal ein foto machen dass wir den besiegt haben sie müssen wir schnell noch besiegen hier müssen wir euch noch die letzte keine sämtchen sondern zuerst etwas anvisieren so wie sieht das doof aus oder ein anderes foto so sagt weil ich muss mir angewöhnen das habe ich festgestellt wenn ich viele folgen aufnehmen für die fand mails bilder zu machen deswegen wollte jetzt immer zwischendurch auch mal noch mal die bilder immer von den fans immer so zwischendurch ein bisschen dass wir wissen wo wir gerade sind was wir gemacht haben dass sie nicht mir schon außerdem ein bisschen fand mail für ein video genommen habe was noch gar nicht da ist sondern für eine andere folge benutzt habe das möchte ich damit fünf glühwörmchen oder die firma bestimmt da oben das ist der große wieder von denen könnten wir mal probieren ein foto zu machen zack zack passt sehr schön so ein glühwörmchen brauchen wir noch da hinten sind welche die homo und schnell und dann können wir schon die dicke kröte füttern wo ist das denn hier auch mal mit dann noch ein paar glühwörmchen und dann haben wir das schon dann können wir wieder zur dicken kröte zurückkehren ja scheiße was das waren meine so zack dann kehren wir zurück zur kröte genau mach hier noch mal das müssen wo wir lang müssen müsste hier irgendwo drin sitzen ich müsste wie wir da rein kommen ob hier rein oder sieht schon aus wie eine kröte da ist er doch da hinten da sitzt du hast gesehen der hat eine zunge ich sag's euch so erstmal kriegst du das fleisch dann kriegst du noch die glühwörmchen mögt ihr stets fette fliegen fangen gz an dich weißt du bist jetzt 118 meine stärke kehrt zurück schnell entfesselt die magie eines weiteren totems gut meine macht wächst entfesselt die magie des letzten totems machen wir natürlich ich bin wieder der alte jetzt wird es zeit für meine rache oh das ist schön es wird zeit dem ein ende zu setzen trefft mich am flussufer ja dann treffen wir uns am flussufer das ist da werden wir da jetzt mal hin werden wir mal mit der großen kröte ein bisschen kämpfen gegen die blutrolle mal gucken was die ausrichten kann so durch euch laufe ich nicht durch hier laufen wir lang hier ist auch so viel sachen ne so viel erz das nehmen wir aber mit hier vorne sind gleich zwei punkte da mach das hier ne und hier muss auch noch was dran sein da zack nehmen wir mit und auf gehts nehmen wir hier mal querfeld ein so werft uns an ne hier soll da auch was sein da das nehmen wir auch mit am flussufer treffen ist es da vorne ja wo ist er denn da ist er ja da ist ein sternmob sollen wir ihn angreifen über 300.000 die maß lassen wir es mal lieber ich lasse mir diese angriffe nicht länger bieten vernichtet sie ich bin ich werde niemandes fest mal sehr schön das haben wir hier sehr schön getötet also die nächsten war und bauch klatscher aber davon noch mal alles töten sehr schön so Den hier müssen wir töten. Gut, ihr Anführer ist tot und diese Diener werden ihm bald folgen. Plötzlich. Und ihr noch. Wir haben unsere Feinde in die Flucht geschlagen. Ach, schade. Gut, dann gehen wir die Aufgaben noch mal ab. Uh, da muss er ja was sein. Hier, davon haben wir glaube ich noch gar nicht so viel. So, gehen wir mal die Aufgaben der großen Kröter. Sehr schön. Ah, trifft schon. Okay. Haltet euch vom Voodoo fern. Die Prinzessin will sofort unseren Bericht hören. Wir lassen sie mal besser nicht warten. Naja, dann gehen wir nach. Ach, wir sind hier vorne. Prinzessin halt mal kurz warten. Gehen erstmal hier vorne hin. Prozesse muss auch mal das Warten lernen. Dann nehmen wir das Erd. Nehmen wir auch noch mit. Das ist zu weit entfernt. So. Zeig. Wunderschön. Und auf geht's. So. Hier ist auch nochmal was. Das nehmen wir natürlich auch mit. Weiter geht's. Darum können wir eine Aufgabe abgeben. Das ist glaube ich der Schatten. Wie soll man es mit dir ne? Schattenjäger. So. Was möchtest du? Rette. Kordolder. Das war so. Okay. Musik. Priesterin. Ja klar machen wir. So. Ihn haben wir gerettet. Riesenviecher hier. Nächstes hier vorne. Kommen wir auf. Sehr schön. Auf mich haben wir so ein bisschen drum, dass wir nicht angegriffen werden. Jetzt müsste Priesterin sein. Die ist gerade tot. Gut. Die brauchen wir nicht retten. Also töten wir sie einfach. So. Und. Die. Die macht keine großen Valenzien. Tötungsbefehl. Kofferschuss. Ich habe kein Ziel. Aber sehr schön. Aufmountain. So. Dann die letzte Kröte noch retten. Schleichen wir uns hier mal so ein bisschen durch. Oh nicht. Alles immer. Bekämpfen und töten. Da oben. zack. Dann können wir die Aufgaben direkt abgehen beim Schatten. 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 Oh. Morlocks. Stimmungslustrot. Schöne hat geklappt. So. Das war schon. Hm. ok ok jetzt ist er weg die noch mal geholfen sehr schön dann können wir jetzt erst mal zur prinzessin zurückkehren und noch mal hören ach so nee wir müssen ja sagen was wir geschafft haben hier springen die kröten um dann gucken wir gleich mal was da so los ist laufen wir mal ich hänge fest da sind wir sind wir wieder da sind da seid ihr ja ich habe gerade mutung was bericht gehört scheint als hättet ihr zwei heilige was antikes zum tauschen aber es muss mindestens so sandala für immer sie noch eine aufgabe das muss doch sein dass hier noch wieder voll übersehen sagt auf monten zufällige hat kommen wir mit dem machen wir die quest reihe heute etwa gegen das schiff wo wir hinwollen man weiß es nicht gleich mit nämlich vorbeilaufen so das ist nur so eine kugel die haut mit unserem armort ab es schmiert ihn nicht zurückkriegen ziehen sie uns das für den rest unseres lebens und der halter steckt das fleckchen das würde das perfekte basislager abgeben sagt dem team wir treffen uns dort nicht wenn wir das mal erledigen schon gleich im fokus unser gutes tier aber sehr schön und ich bringe auch noch schnell verliert er keine leben machen einfach zu wenig schaden ich weiß es nicht was das dann in die teilweise ganzen leute alle nicht mehr ich möchte hier also online war schon ich habe so lange nichts mehr hier gemacht so so leute aber in der nächsten folge werden wir uns hier durch kämpfen mal gucken wie wir unseren goblin freunden helfen können wenn ihr sehen wollt was wir da machen schaltet zur nächsten folge ein ich danke euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal auf wiedersehen tschüss